Ich hab Licht, scheiße. Egal. Jetzt kommt wieder. Ah, sonst ist es nicht, oder? Hallo. Ich hab mit Licht. Für die Seite kann man hier fahren, das geht das, die nicht und die nicht. Nur die frei sind. Mhm. Okay. Hey, schau mal. Okay. So, bis gleich. Schau mal. Mach mal. Hi. Ja, aber wir rauchen. Bis gleich. Ich bin der Kröster wieder. Hallo. Im Start. Okay, das geht auf jeden Fall. Ebi nach München-Hampano. 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 Gehört, Niki. Bisschen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich bis zum dritten Teil. Bis gleich. Okay. Okay. Okay, ich hab ein bisschen. Bis dann. 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 ата. Bis dann. Ein, nein, nein, nein. Schleide, schnell. So kommt der zweite Teil mit dem Video. Zweiter Teil. Das habe ich jetzt mit Licht angemacht. Wenn nix mal dunkel mache ich lieber mit Licht-Shit. Das kann man besser sehen eigentlich. Da kann man eine Schranke an. Bis gleich. Da ist der Niki. Hallo, du Apfer. Hallo. Servus, du Apfer. Ja, ich bin der Christian und ich liebe Weihnachten, Silvester und Fußball anschauen und Playstation zocken. Sagst du? Ich mag Weihnachten alles. Und? Und Playstation zocken. Und? Und Silvester Geburtstag. Ja, mein Geburtstag auch. Ja. Okay, ich bin nachquart Pause. Okay. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Und nicht das sind. Ich bin bei dir, ich bin da. Und nicht so. Wir werden die Nachbarnung. Und, ja, ich bin da. Ich bin seitens. Und ich bin da. Und ich bin da. Und ich bin da. Das war's. Bis gleich. Okay, es kommt noch Heimzug. Ja. Bis gleich. 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 Geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Aber er ist wieder Zug. Okay, das war's. Oh, ohne Waggon dieses Mal. Ja. Oh, ohne Waggon. Okay, jetzt können wir noch ein Zettel. Noch mal ein Zettel. Äh. Danke. Oh, bis klein. Drei-Züger-Zug. Also zwei-Güter-Zug und dann ein normaler Taurus. Ja. Okay, ciao Leute, hau rein. Ciao, haut rein. Baba Schrank geht schon wieder runter, dann wieder das Video machen, bitte. Sag mal, darf ich dann noch zu dir kommen? Ja, es kommt so viel Verkehr irgendwie, was ist da los heute? Sag mal, darf ich dann noch zu dir? Ja, okay, tschüss, ja. Sag mal, wenn du dann noch zu dir kommst, okay? Was, zu mir? Nein, ich kann's aber noch fragen. Ich komm doch zu dir? Soll doch mal, wir sind noch ein Nico wieder am Start mit Christian. Ja. Ja, das vierte Teil, schreit schon wieder runter. Ja. Ich hab keine Ahnung, so viel Verkehr heute Abend. Das da, Niki. Hallo, was geht ab? Alter, so viel Verkehr, oh mein Gott. Alter, das ist schon das vierte Teil heute, Teil 4 draus. Ja. Das schon mal. Also ich versteh den Sinn. Bis gleich. Abgesperrt. Und dritte, aber ein erster Gleis von der Statik gehen. So ist es so. Ja. Nur bloß die beiden abgesperrt. Okay. So. Bis. Warte. Dann. Signal ist jetzt rot. Warte. Komm noch ein Zug runter. Das ist noch nicht so genau. Zeug da bis. Kommt noch ein drittes. Ja. Genau. Ditter. Ah. Okay. Das war's. Ja. Bis. Das Video. Das Video. Wie du euch gefahren hast. Like da. Abo da. Und dann. Perfekt. Wir machen kurz noch wieder Schranken. Ja. So. Entweder mal das Kollege nochmal hier links auf die Seite kommen oder auf die andere Seite. Wir wissen es erstmal nicht genau. Entweder nochmal der oder auf die andere Seite. Ja und jetzt war es ein bisschen zu früh losgefahren. Ja. Aber Schrank war noch offen. Ja. Bis gleich. Er fährt nach München Hauptbahnhof. Boah. Ich will mit dem fahren. Ja. Er fährt nach München Hauptbahnhof. Was war das jetzt? Er hört an, denke ich. Da ist das Schild von Riem. Bahnhof. Einmal. Digga. Hätte den Zugfahrer schon längst auf grün gefahren wäre es besser. Aber nee. Hätte lieber gewartet. Zum Beispiel wenn ich den Zugfahrer nicht auf diesen Zug gefahren hätte längst über grün gefahren. Naja. Dann war es rot der Nasenkack. Ja. Ich danke auch. Kommt dein Auto bis zum Arsch. Ja. Hast du einen Umfall gemacht. Oder der hat einen Umfall gemacht. Ja. Ich glaube. Ja. Ich fahre gerade nach München auf, denke ich. Also es fahren zu verschiedenen Zügen. Mit Stromzügen und mit Dieselzügen. Ja. Verschiedenes. Genau. Mit Dieselzügen und Strom. Mit Dieselzügen und noch Diesel. Ja. Und wieder zu gibt es auch einen S-Banner. Boah. 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 Das hat so lange gedauert. Ja. Ich glaube. Es kommt noch einen letzten Dein. Verpisschen. Ja. Ja. Bis gleich. Na ja. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis mal. Bis mal. Wir cope an. Bis mal. also ein Gitterzug Okay, 3 ist noch die letzte aber dann verpissen wir uns Bisssssss Klai Bis gleich, aber dann verpissen wir Ich habe Mark Schwaben in ca. 2 Minuten mitgelogen Hä? Ja, was ist das jetzt? Okay Besser Hä? Hä? Also S2, Mark Schwaben, eigentlich müssten die S-Bahn anstellen, nicht ansteigen Also Schild Lol Was war das jetzt? Okay Bisssss Bis gleich Leute, dann verpissen wir uns Bis gleich 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 Im Gitterzug Abends sind mal so viel Verkehr, Alter, das ist echt viel, ne? Echt viel bloß. So, ich hoffe, wir kommen noch das letzte Rennen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, haut rein. Bis Samstag. Bis Samstag. Ja, bis Samstag. Sag auch, bis Samstag. Bis Samstag.